Der Kreispokal des Fachverbandes Tischtennis Bautzen geht in diesem Jahr an die zweite Mannschaft des TTC Neukirch. Das Team setzte sich am vergangenen Samstag in der Finalrunde in der Pulsnitzer Sportstätte Kante gegen den TTV Schwarz-Rot Hoyerswerder, den SV Blau-Weiß Neschwitz und die Gastgeber aus Pulsnitz klar durch. Zweiter wurde die Mannschaft aus Hoyerswerder. Die beiden erstplatzierten Teams qualifizierten sich für die Bezirksendrunde am 9. März.